Handballer und Publikum sind berauscht. Der Auftakt der Hauptrunde gelingt für die deutschen Handballer. Die überwältigende Atmosphäre von 19.000 Zuschauern in Köln hat die deutsche Nationalmannschaft zum Sieg gegen Eiland getragen, und zum Gruppenhersten in der Hauptrunde gemacht. Diese Stimmung ist auch ein Trumpf für das Duell mit Kratin. Aber es gibt noch mehr Gründe, die für einen weiteren deutschen Erfolg sprechen. Christian Prokop strahlte. Nicht bloß der perfekte Hauptrunde in Auftakt der deutschen Handballer gegen Eiland ließ den Bundestrainer jubeln, auch die atemberaubende Atmosphäre in der mit 19.250 Zuschauern ausverkauften Kölner Renner versetzte ihn in Hochstimmung. Man läuft in die Halle ein und sieht das Fahnenmeer. Das ist unbeschreiblich und Wahnsinn, wenn man weiß, die sind alle wegen uns hier, um uns zu unterstützen, sagte Prokop auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, das gibt einfach Energie. Das konnten wir nutzen. Das ist eine weitere Welle, die wir jetzt von Berlin nach Köln verzeichnen. Auch die deutschen Spieler schienen auch lange nach dem Abpfiff noch völlig überwältigt. Kapitän Uwe Gensheimer sprach von einem phänomenalen Erlebnis. Kreisläufer Janik Kohlbacher verspürte auch im Anschluss an das 24.19 Uhr gegen Eiland Gänsehaut pur. Jetzt kommt es zum Duell mit dem Handballschwergewicht-Krutin, Montag, 20.30 Uhr. Der nächste Gegner komme über Emotionen und eine starke Abwehr, sagt Prokop. Zudem hätten sie Spieler mit Weltklasse-Format. Der Magui Dunjak an erster Stelle. Die Kroaten sind ebenfalls noch ungeschlagen. Vier Dinge sprechen aber auch vor diesem Spiel für die DHB-Auswahl. Berlin hat das Maximum herausgeholt, sagte Abwehrspieler Finn Lemke über die Stimmung in Köln. Aber hier merkt man doch, dass eine noch höhere Publikumszahl da ist. Im Vergleich zu den Vorrundenspielen in der Hauptstadt passen 6000 Zuschauer mehr in die Halle in Köln. Und die Fans auf den Rängen haben alles gegeben, egal ob die deutsche Mannschaft in Führung, Rückstand oder mal in Unterzahl war. Das ist für uns alle eine Wahnsinnsgeschichte, schwärmte Bundestrainer Christian Prokop. Fakt ist, dass wir bei den nächsten beiden Gegnern die teule Kulisse brauchen werden. Aber auch außerhalb der Spielorte erfasst die Deutschen das Handballfieber. Die Zuschauerzahlen bei den TV-Übertragungen übertreffen sogar zeitgleiche Fußballspiele. Wie beim WM-Triumph 2007 und dem Emeritiertitel 2016 steht wieder das ganze Land hinter seiner Handballmannschaft. Kaum eine andere Mannschaft bei diesem Turnier ist auf allen Positionen sehr ausgeglichen besetzt wie die DHB-Auswahl. Egal welcher Spieler auf das Feld kommt, es ist bisher kein gravierender Leistungsabfall erkennbar. Auch WM-Neulinge wie Fabian Böhm oder Matthias Musche bekommen immer wieder ihre Spielanteile. Musche war im abschließenden Vorrundenspiel gegen Serbien sogar beste Torschütze des deutschen Teams. Was Finn, Bembem und Beke der im Rennenblock geleistet haben, war phänomenal, sagte Torhüter Andreas Wolf. Er meint Finn Lemke, Patrick Wienzig und Hendrik Bekeler, die drei Abwehrspezialisten in Prokops Mannschaft. Seit Turnierbeginn agiert die deutsche Defensive vor allem dank ihnen auf allerhöchstem Niveau. Dass bisher so wenige Gegentore kassiert wurden, liegt aber auch an Keeper Wolf und seinem Kollegen Silvio Heinevetter. Prokop hat sich verändert, das ist längst kein Geheimnis mehr. Anders als noch bei der Dessalitten emeritiert vor einem Jahr ist der Coach mittlerweile deutlich gelassener und kommunikativer, vor allem bindet er seine Spieler nicht nur in der Vorbereitung auf die Partien viel stärker ein. Manche Dinge lässt er während der Partien sogar allein von der Mannschaft entscheiden. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team